also erst nur so ausgeklüppelt hier wir stellen fressfressi machen ich will das alles nicht die pfeiler mit sechs pfeile super ach du scheiße und wir machen jetzt nicht feige wie geht es noch mal da lang und scheitert die anderen mann diamanten schwert die drei für nur eine geronimo ach du kleine drecksnudel du arschloch du alter kackbratze wo kam es denn du jetzt her ach du kacke ich konnte trieblich auf enderman und der greift nicht von hinten an ach unten eine spinne ist natürlich auch noch da ich glaube ich gehe mich gleich erschießen da kommt schon her da kommt schon her ich interessiere die gar nicht naja ich bin weg also die enderman die läuften da lang ach ja du alte älter diese alte brunzenudel ohne scheiß ich will nur kurz die enderman weg machen weil das sind mir gerade einfach nur zu viele so enderman weg sammle ich das hier schnell ein und einfach damit es fair bleibt machen wir die jetzt wieder an und so ich wollte diese enderman weg haben ohne scheiß weil das war mir zu viel wenn er nicht zwei einer Ja, da unten sind Creeper. Ja, Creeper. Ich hole mir jetzt, ich kloppe mir das, wenn ich... So, ich kloppe mir jetzt, so, wie es schon gesagt, ich glaube, mir ist eine Kacke hier aus dem Boden, so. Die Kohle nehme ich mir, nehme ich mir die Kohle auch mit, ja, die nehme ich noch mit. Das ist nicht viel, aber ist Kohle. Weißt du Bescheid. So. Ach, du alte Prunznudel, weg da mit dir, komm. Ach ja, ein Creeper. Ah, Creeper. Ach, du bist mir doch egal. Gehst du mal weg, gehst du mal weg, gehst du weg. Klopp. Und dir schieß ich jetzt auf den Kopf. Sag mal. Weg, weg. Weg, weg. Also, ich glaube, unser Skeletor hat es gerne auf den Kopf geschossen zu werden, immerhin. Schließlich müssen wir voll auf die Nase. Verdammt. Voll auf die Nase, ist klar. Das ist wieder runtergefallen. Voll auf die Nase. Flupp hat es gemacht, da lag er auch schon. Ach, scheiße. Dreck, jetzt kommt der Creeper auch noch daher. Ab. Gute denn. Tschüss. Gute denn. Tschüss. Ach, kacke. Aua. 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 Mach mal hier. Fertig hier so. Hä? Creeper hat ab. Nein. Das macht der jetzt nicht. Ach fuck. Gehst du mal weg, gehst du weg. Ah, du Gott zu heiliger. Aua. Ach du Arsch. Nein. Na, aua. Du hörst nicht mal auf. Aua. Mich abzuschießen. Aua. Und lasst nicht mal. Aua. Dich hier auf dem Kopf. Aua. Ja, hört ihr jetzt mal auf. Ich glaub's nicht. Aua. 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 Wie lange? Geht doch. Ach, nee. Ach, die scheiße. Jetzt geht erstmal hoch, weil da kommen auch welche her. Ich bin bestimmt mal ganz sicher hier. Hier und was brennt'n dahinter? Ach das ist ja super so ein bisschen Lava Action da spawnen auf jeden Fall keine Monster wo die Lava entlang fließt ja ja du bist immer ganz leid hier blabert du so und hier machen wir auch mal doch hier gerade ein Enderman gehört wo ist doch nicht wahr ach komm ich leuchte es noch mal komplett aus dann klappe ich mir die Kacke aus der Wand ach ist doch nicht aber die Höhle ist auch schön ne von der Höhle her kann man nix sagen die ist schon echt hübs ja ich weiß es unbeleuchtbar ach fuck you ach fuck you ach komm nee wo sind jetzt äh oh Gott ist da Clipper ups verdammt verdammt bleibst du bleib weg oh Gott ja super du Arschviech ich mach die Höhle nicht kaputt hier ey du Arschloch naja genial ach du lass den scheiß jetzt mal hier du alte Kuck Kuh du meine Güte gibt's ja nicht hier erst drei Skripper hier alle das aus dem Boden russ und dann macht hier Skeletor noch einen auf Angeber das hab ich ja gern meine Güte so also hier endlich mal wieder ein bisschen Action ja ich will ein kleiner Feigling was Höhlen angeht habt ihr vielleicht auch schon mal mitgekriegt ich muss mich ja ganz kurz neuesten Sekunde und dann geht's schön so fertig geschnürzt also ihr habt bestimmt noch mal Mitglied zu so kleiner Feigling bin nicht aber daran ich hab's mit Pfeiler Bescheid sechs trefft ich den Mr. Zombie ja na wie jetzt bist du weg mein Pfeiler ist da durch den durchgeflogen und da war er weg naja gut wo kommt das hier irgendwo was 4 da Ako Koks und zuerst der Städte 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 der ich habe gerade so eine Panik abfahrt abfügt so wird geschlossen da naja ist ja gut ich frage ich habe gerade ich habe glaube ich nichts zum schneiden zum schneiden dabei genau äh zum Sachen machen dabei glaube ich also kein Holz muss gucken nö nur die Knacke hier hole ich mir trotzdem raus kommt hier irgendwo was? nö so kamen wir eigentlich her, wir kamen von dort bis Creeper alles eingerissen hat kamen wir mal von da ja schon fängt an naja klar kamen wir von da Och hier ist halt nix los zu sein ach leck mich doch am Arsch du... das gibt's doch nix Weg, weg Na super, aber ganz schnell Deck Ja, jetzt trotzen wir hier erstmal alle auf So und geschafft, Dungeon neutralisiert Was wir die Kacke hier rausholen, super, geil Ne, sowas freut mich jetzt dann wieder Na voll den Dungeon hier gefunden Ist doch eine geile Scheiße, ich sag's euch Und dann nehmen wir glaube ich auch gleich so ein Ding ins hier mit Da wird der Fackel mal draufgekloppt, das reicht dann schon Und dann auch noch Und kabim kabum, wir können uns ganz in der Nähe von unserem Reichen tatsächlich jetzt Ach, das nehme ich mir auch gleich mit Eine Monsterfalle drin basteln, ist das geil Aber dafür klopfe ich mir erstmal die Kacke raus So, das mache ich folgendes, jetzt grabe ich mich einmal hier komplett nach oben Ich hoffe nur, dass es draußen Tag ist Was ich natürlich nicht weiß, aber ist ja auch egal Also ein bisschen tiefer gibt's hier noch Ich spreche jetzt mal